Ich stehe und da ist er schon in sein Jackett ausgezogen. Das macht man ja nicht normalerweise viel Öffentlichkeitswerk, sagen wir mal mit, nicht? Ja. Deswegen hast du jetzt auch einen Spot. Das ist ja. Du hast es einfach drauf. Till, du hast doch mal You Can Leave Your Heaven geschieden. Dann weißt du bestimmt auch immer, dass es friert. Naja. Das war doch eine gute Nachfassung. Ist das anders? Naja, hallo. Richtig. 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 Ja. Hat mich jetzt so ein bisschen gefühlt. Das ist komplett. Am Sex Faktor haben wir nochmal. Es leuchtet das nicht wieder auf Sky? Der ist Sex Faktor? Ich weiß ja. Ich hab's gehört. Sky liegt bei mir auf 237. Ne mei. Du bist eingeschlafen, bevor du da angekommen bist. Du warst schon bereit nach sexy Clips, da bist du schon fertig. Hey, ich bin ein wenig zufrieden, ist doch cool. Wie viel Geld hast du für diese Hotline schon ausgegeben? Ich sag mal so, ich bin froh, dass du uns so lange kämpfst. Seit der 159. Hab ich übrigens gestehen, den Song. Das muss ich mir einfach zusagen. Das ist gut verdientes Geld. Absolut. So, ich glaub wir sind fertig mit dem erotischsten Moment, den ihr heute erlebt habt. Den können wir jetzt so cool und sexy bleiben, ja. Man hat rotes Licht und die Welt morgen ist ja schlecht. Das ist gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.